So, warum sitze ich hier alleine? Wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich werde euch ein Spiel vorstellen, und zwar, du hältst die Technik bereit fürs Wechseln, das kann ich auch selbst machen. Ich muss dann auf Bild in Bild, ist von oben mit klein in der Ecke? Perfekt. Also, ich habe hier Roan Invasion aufgebaut und ich werde euch jetzt einfach vorstellen, wie das funktioniert, ist aber jetzt nicht irgendwie komplett spielen oder so. Das Spiel hat einen kooperativen und einen kompetitiven Modus und ich werde euch einfach die grundlegenden Sachen für beides zeigen. Warum schiebe ich das so zwischen, obwohl wir gerade so viele Leute haben, die hier rumsitzen? Das hat ein bisschen zeitlichen Druck, weil der Entwickler, der ist gerade mitten im Kickstarter, der läuft noch bis zum 27. Oktober. Ich habe mir das auf der Messe zeigen lassen, nachdem es ja im Vorfeld mein Interesse geweckt hatte. Ich hatte es auch in meiner Vorfreudeliste und er hat mir netterweise eben einen Prototypen überlassen. Das hier ist also auch ein Prototyp, der aber glaube ich schon sehr dicht am Finalen ist. Also die Würfel werden so aussehen. Ich werde gleich mal schauen, dass ich das mit ein bisschen zoomen. Welche Taste war das? Die Tasten sind das. Genau, perfekt. Das reicht schon, aber dann kann ich ein bisschen hin und her zoomen. Ich werde euch also im Zweifelsfall, ja, das ist ja eh gleich ganz klein im Bild, dass ich euch das gleich ein bisschen genauer zeigen kann. Es wird nicht diese Schraubenzieher geben, das werden noch ein bisschen kleinere, aber ansonsten ist das schon grundsätzlich die Produktionsqualität. Gut, dann fangen wir hier mal direkt an. Dazu wechseln wir mal in die Aufnahme, dass ihr auch was von dem Spielbrett sehen könnt und zoomen dann gleich mal wieder ein Stückchen raus. Na, jawohl. So, da könnt ihr jetzt das vollständige Spiel sehen. Zack, fangen wir mal mit dem Playerboard hier an, auf dem sich das Ganze abhandelt. Es ist ein Spiel, in dem wir während wir spielen sowohl unser Deck weiterentwickeln, als auch, dass wir hier diese Würfel, das ist ja momentan auch in, dass wir unsere Würfel manipulieren können, beziehungsweise, dass wir eben die Augen hier austauschen. Also, der Werbetext für das Spiel sah so aus, Screw your dice, before your dice screw you. Und das passt hier tatsächlich sehr gut. Wir können hier nämlich, das sind Würfel dann für die Ressourcen, die wir eben im Laufe des Spiels verändern können. Wir haben alle möglichen anderen noch Deckbuilding-Sachen. Wir haben hier unsere eigene Marktauslage, die am Anfang des Spiels eben präpariert wird. Jeder hat einen Anführer. Da oben sehe ich ein bisschen, was ich mache. Jeder von uns hat einen Anführer, der verschiedene Eigenschaften hat, sowie eine Spezialeigenschaft, die am Anfang des Spiels schon ausgesucht wird. Da können im Laufe einer Partie, beziehungsweise einer Kampagne, auch noch mehr dazukommen. Ich werde euch jetzt, bevor ich dann darauf eingehe, was eben die kompetitiven und kooperativen Modi ausmacht, einfach kurz erklären, wie ein Spielerzug abläuft, sodass ihr auch seht, was die bestimmten, also die speziellen Mechaniken sind, die hier interessant sind und wo man immer drüber nachdenken muss. Und das Ganze fängt schon mal damit an, dass die meisten Spiele das ja so haben, dass man von seinem Deck eine bestimmte Anzahl Karten auf die Hand zieht und dann damit arbeitet. Hier haben wir ein Push Your Luck ist jetzt zu weit gegangen, aber ein Element, wo wir eben, wir ziehen immer eine Karte, schauen uns diese Karte an, natürlich gleich zwei gezogen, können dann eben schauen, was macht diese Karte, welche Ressource wird die brauchen, um ausspielbar zu sein. Das ist nachher wichtig. Und dann können wir uns immer entscheiden, ob wir weiter Karten ziehen und können dann wieder das beurteilen und weitermachen. Das können wir so weit treiben, wie wir möchten. Wenn wir wollen, können wir auch das ganze Deck ziehen. Aber wenn das Deck durch ist, passieren Dinge, die gar nicht so toll sind. Das heißt, wir wollen auch nicht zwingend super schnell durch unser Deck durch. Und Karten, die wir nicht ausspielen können, die haben gleich auch noch eine ganz bestimmte Bewandtnis. Sagen wir mal, ich habe jetzt diese drei Karten hier, wo muss ich hin, hier muss ich hin, ich habe jetzt hier diese drei Karten gezogen und denke mir, okay, das reicht, ich bräuchte jetzt eine gelbe Ressource zum Ausspielen, eine schwarze Ressource und zwei beliebige sogenannte Wild Resources. Dann würde ich in die nächste Phase übergehen, nehme diese Würfel, die am Anfang einfach auf jeder Seite eine unterschiedliche Ressource darstellen und eine Blankseite haben, würde diese Würfeln, das ist übrigens auch nicht im normalen Spiel enthalten, zack und schaue mir dann an, was ich gewürfelt habe, um zu gucken, wie ich das auf meinen Würfeln einsetzen kann. Ich habe jetzt in diesem Fall, habe ich eine grüne, eine blaue, eine gelbe Ressource und ein Blank gewürfelt. Es gibt natürlich im Spiel auch Möglichkeiten, die Würfel nochmal neu zu würfeln, etc. Aber das sind jetzt meine Ressourcen, die ich für diese Runde erstmal habe. Dann habe ich diese Karten auf der Hand und werde dann überlegen, wie möchte ich die jetzt ausspielen. Wir haben zum Beispiel hier eine gelbe Ressource, normalerweise würde man das unter dem Brett machen, ich mache das jetzt einfach hier auf dem Tisch. Ich habe hier zum Beispiel den Scout, der eine Form von bestimmten Schaden machen kann und wo ich einen Neuwürfeln-Token bekomme. Das ist auf jeden Fall super. Dann setze ich hier eben eine gelbe Ressource ein. Eine schwarze Ressource habe ich nicht und hier zwei beliebige Würfel, das ginge. Ich könnte mir jetzt also überlegen, auch zwei Würfel zu nehmen und als eine beliebige Ressource einzusetzen, um zum Beispiel hier diesen Würfel auszulösen. Oder ich könnte natürlich diese beiden Ressourcen benutzen, um diesen auszulösen. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal so, einfach um das getan zu haben. Dann sind diese drei Würfel verbraucht für diese beiden Karten. Die haben wir jetzt also ausgespielt, würden das abhandeln. In dem Fall würden wir eine Form von Angriffsschaden machen. Wir haben jetzt gerade keinen Gegner, über den wir reden. Und ich würde einen Neuwürfeln-Token bekommen, das ich behalten kann. Hier würde ich nochmal Schaden machen und eine Schraube bekommen. Die Schrauben sind nichts anderes als die Währung des Spiels, um neue Karten zu kaufen. Das heißt, ich würde jetzt einfach aus dem generellen Vorrat irgendeine beliebige Ressource nehmen. Das sind immer auch gleichzeitig die Schrauben, die man in Würfel dreht. Die werden hier für alles Mögliche eingesetzt. Suche mir eine meiner verfügbaren Marktkarten aus, die ich möglichst bald erwerben möchte. Würde zum Beispiel hier eine Schraube drauf tun und bräuchte jetzt noch drei im Fall dieser Karte, auch wenn ihr das wahrscheinlich gerade nicht so besonders gut lesen könnt. Die Karten bleiben in meiner Plate-Area liegen. Die sind jetzt einfach mal unterhalb meines Boards. Die seht ihr nicht mehr. Diese Karte habe ich nicht zum Einsatz gebracht. Das heißt, die wandert jetzt in meinen Garbage-Dump, also auf meinen Abfallhaufen. Und für jede Karte, die dorthin wandert und jeden unbenutzten Würfel, bekomme ich aber sozusagen als Ausgleich eine Ressource aus dem Vorrat, die als ihre Kosten abgebildet sind. Diese Karte hätte eine schwarze Ressource gekostet. Also nehme ich eine schwarze Ressource und hier auf meinem Board, auf dieser Seite, kann ich Ressourcen speichern. Bis zu zwei pro Farbe, beziehungsweise auch noch zwei Joker-Ressourcen, wo ich eine beliebige reinpacken könnte. Also die schwarze könnte ich jetzt sowohl bei schwarz hineintun, als auch auf die beliebige. Und wenn die voll sind im Laufe des Spiels, kann ich sie in meiner eigenen Runde benutzen, um sie für eine Ressource zum Aktivieren von Karten usw. weiter auszugeben für diese Karten und einen Extra-Effekt auszulösen. Das heißt, man will durchaus das auch auffüllen, weil das auch nicht gerade schlechte Extra-Geschichten sind, wie zum Beispiel, dass man Karten recyceln kann. So, damit wäre grundsätzlich mein ganzer Zug bereits abgeschlossen und danach gibt es die Clean-Up-Face. Die Karten, die man gespielt hat, kommen auf einen normalen Abwurfstapel. Moment, bevor wir das tun, müssen wir noch ganz kurz einen weiteren Schritt machen, das habe ich beinahe vergessen. Und zwar sieht man hier ganz unten, das ist jetzt besonders klein, wenn man hier die Karte näher ran hält, ganz unten, und das glänzt auch noch, ist noch ein kleines Symbol, ein Schraubenschlüssel. Da schaut man, wie viele man davon insgesamt gespielt hat in seiner Runde, vielleicht auch noch durch Extra-Effekte mehr hat und kann dann hier bei den sogenannten Spare-Parts schauen, was man tun kann. Man kann zum Beispiel für einen so einen Spare-Part kann man eben noch so eine Schraube nehmen, um eine Karte zu kaufen. Und je mehr man schafft, was ja sehr schwer ist, weil sie verfallen am Ende der Runde, desto mächtigere Aktionen sind hier freigeschaltet, bis hin, dass man einen neuen passiven beziehungsweise wiederholbar aktiven Effekt für seine Basis freischalten kann. In dem Fall würden wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber sagen, wir lösen zweimal den 1er-Effekt aus, liegen hier nochmal zwei Schrauben drauf und haben jetzt bereits drei von vier Schrauben, um diese neue Karte zu kaufen. Dann wandern diese Karten auf den Ablagestapel und dann würde das Spiel zu meinem Gegner wechseln, wenn wir gegeneinander spielen und eine andere Besonderheit, wenn wir kooperativ spielen gegen die Invasion, die ich hier oben bereits aufgebaut habe, dann würden wir diese Züge parallel zueinander durchführen und könnten uns auch gegenseitig unterstützen. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich Karten spiele, mit denen man eben wieder Karten aus dem Abfall in sein eigenes Deck holen kann, ich habe da aber keine Karte, die ich jetzt unbedingt zurückhaben möchte, kann ich solche Effekte auch auf meinen Mitspieler anwenden, wir können uns gegenseitig heilen etc. Das heißt, da können schon interessante Dynamiken sicherlich entstehen. Ich habe noch keine kooperative Runde selbst spielen können, nur in der Proberunde einmal im Gegeneinander die Mechaniken ausgetestet. Warum gibt es also diese zwei Ablagestapel? Das ist jetzt sicherlich ein bisschen die Frage, die euch im Kopf herum geht und im Hintergrund meine Wohnung abgerissen wird. Wenn dieser Stapel einmal durchgespielt ist, was übrigens auch durch Effekte passieren kann, also es können auch Karten von eurem Stapel abgeworfen werden, nehmen wir einfach mal an, ich hätte jetzt noch drei Karten, die hier im Abfallstapel gelandet sind und die anderen sind auf dem Discard-Deck gelandet. Sobald ich jetzt Karten ziehen möchte, muss ich hier diese Schritte durchgehen. Das heißt, wir nehmen die Karten, die Karten, die in der Basis sind, die würden zum Beispiel sich wieder refreshen, also die vom Gegner wohlgemerkt. Das heißt, ich möchte eigentlich, wenn ich zum Beispiel gegen einen menschlichen Mitspieler spiele, möchte ich sein Deck, dass er es möglichst schnell durch hat, weil meine Fähigkeiten, die ich einmal benutzen kann, in aller Regel, bis auf wenige Ausnahmen, wieder bereit werden, wenn sein Deck durchzirkuliert ist. Das Gleiche gilt auch für die Invasion, den KI-Gegner fürs kooperative Spiel. Da sind die meisten Regeln sehr identisch. Außerdem, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, verliere ich für alle Karten, die sich hier befinden, von denen ich nur einen kleinen Teil so wieder zurücklegen kann, verliere ich Lebenspunkte, beziehungsweise Rüstungspunkte. Das sind die hier oben. Das heißt, ich möchte da so wenig wie möglich von diesen Karten haben, bevor sie wieder in mein Deck kommen und dann gemischt werden. Ich habe also die Abwägung zu treffen, wie viele Karten ich dorthin spielen möchte, um diese Bonus-Ressourcen zum Beispiel auch auszulösen. Also auch, wie viele Karten ich auf einmal ziehe. Und ich möchte aber gleichzeitig natürlich diese starken Effekte schon durchaus nutzen. Ich muss also dann überlegen, wie kriege ich die wieder ins Deck, bevor mein Deck zirkuliert. Das Letzte, was wichtig ist, abgesehen von der Lebenspunkteleiste, ist diese Würfel. Ich hatte ja schon gesagt, dass man die verändern kann. Zum Beispiel ist eine der Aktionen, die man über Spare Parts machen kann, nämlich, wenn man es schafft, auf drei zu kommen, dass man eine der Würfelseiten, ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Blank-Seite, jeder Würfel hat eine Blank-Seite zum Start, dass ihr dann dies durch eine beliebige Farbe setzen könnt. Dann dreht man das einfach raus. Zack. Das geht wirklich einfach. Und jetzt angenommen, ich habe da gesehen, die nächste Karte, die ich ins Deck nehme, da habe ich dann Geld mehr. Das heißt, mein Deck verschiebt sich hin, dass ich häufiger gelbe Ressourcen brauche. Dann kommt einfach hier die gelbe Schraube rein. Soll man auch nicht besonders festdrehen, dann würde man das auch irgendwann beschädigen. Und schon ist dieser Würfel besser geworden. Der würde jetzt zum Beispiel nie wieder einen Blank würfeln. Der hätte immer eine Ressource. Ich kann bis zu drei Ressourcen auf eine Seite reinschrauben. Und hier ist dann nämlich die Abwägung, möchte ich das lieber gleichmäßig erweitern, um sicherzustellen, dass ich einen beständigen Fluss habe. Oder möchte ich besonders starke Würfelseiten erzeugen, dass ich viele Karten auf einmal spielen kann. Vielleicht habe ich auch Karten im Deck, die mich meine Würfel manipulieren lassen, wie sie auf eine bestimmte Seite drehen und so weiter. Da kommen dann lauter taktische Überlegungen ins Spiel. Die rausgedrehte Schraube kommt natürlich zurück in den Vorrat. Das Spiel enthält übrigens in der Grundversion 460 Schrauben, weil die auch als generelle Ressourcen und alles mögliche andere funktionieren. So, das ist grundsätzlich was im Spielerbereich, was in einer Runde passiert. Natürlich handelt man auch noch seine ganzen Karten ab. Im Gegeneinanderspiel würden wir abwechselnd einfach spielen, wobei der Nicht-Startspieler am Anfang einen kleinen Bonus bekommt, um das auszugleichen, dass er eben immer quasi als Zweites dran ist. Im kooperativen Spiel wollen wir hier gegen die Invasion antreten. Das ist der Teil des Spiels, den ich noch nicht selbst aktiv gespielt habe, sondern mir kurz auf der Messe, also inzwischen auch tatsächlich eine Woche her, knapp habe erklären lassen und eben auch nochmal durchgegangen bin. Das funktioniert aber auch grundsätzlich relativ simpel. Ihr seht hier den Startaufbau der Invasion, die auch einen Markt besitzt, aus der sie Karten kauft, die hier Karten hat, die ähnlich wie eure Basis funktionieren, die entweder einen andauernden Effekt haben oder einen Sofort-Effekt, der sich auf euch auswirkt. Und hier ist es dann so, dass die Invasion einfach Karten zieht von ihrem Deck, entsprechend der Anzahl der Spieler plus der Anzahl ihrer, ja, hier auch Technologien, von denen sie im Laufe des Spiels halt auch immer mehr bekommen kann. Und die werden dann aufgedeckt, so, und einmal abgehandelt. Zum Beispiel ist die oberste Karte jetzt hier, dass sobald die Karte deployed wird, also sprich einfach eben aufgedeckt wird, dass eine Ressource auf das schwarze Ressourcenfeld kommt, und sobald dieses Ressourcenfeld mit vier oder mehr Ressourcen gefüllt ist, dann kommt diese Karte in das Deck, beziehungsweise auf den Ablagestapel des KI-Gegners. Wir sind jetzt in einem Solospiel und mit einer Start-Doktrin-Technologie des Gegners. Das heißt, wir würden in diesem Fall zwei Karten aufdecken und die zweite Karte würde natürlich auch vollständig abgehandelt werden. Sie würde jetzt eine Karte recyceln, sie hat allerdings noch keine Karten, bei der das geht. Dann würde man wieder vom Ablagestapel oder vom Abfallhaufen die Karte oben auf das Deck zurücklegen. Diese Karten werden dann übereinander gelegt, sodass von den unteren Karten immer nur der allerunterste Bereich zu sehen ist. Ich mache das Ganze mal hier näher für euch. So kann man das sehen. In dem Fall ist hier unten nichts, aber ihr könnt bei der oben liegenden Karte sehen, hoffentlich, die sind alle gesleeved und spiegeln deswegen ein bisschen, dass dort im unteren Bereich eine Rüstung ist. Das sind die Karten, gegen die wir in unseren Zügen kämpfen. Das heißt, in diesem Fall würde diese Karte einen Schaden verursachen, wenn die KI dran ist an jedem Spieler, einen Schaden. Und wir als Spieler müssten gemeinsam dann eben zwei Rüstungen in diesem Fall durchschlagen und einen Schadenspunkt am Leben machen, um diese Karte abzuwerfen. Das Gleiche gilt dann für die nächste Karte. Und wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich mit mehr Spielern und fortschreitender Spieldauer, da sieht das halt immer so aus. Und es werden immer mehr Karten, die vielleicht gleichzeitig gezogen werden, die dann entsprechend diese Sachen, die unten zu sehen sind, alle aufaddieren, die oberste Karte damit stärker machen und dann müssen wir uns durcharbeiten. Wir müssen davon so viele wie möglich in unserer Runde schaffen, damit wir eben so wenig wie möglich Schaden bekommen, wenn die KI dann wieder dran ist. Das Ziel dabei ist in der Regel durch das Szenario vorgegeben. Also es gibt verschiedene Szenarien, drei Stück. Jetzt in dem Prototyp, das soll, wenn ich den Kickstarter richtig verstanden habe, eine längere Kampagne mit mehr Szenarien noch geben, die man spielt und die natürlich sukzessive andere Siegbedingungen haben. Im allerersten Szenario, das man spielen würde, geht es einfach nur darum, 16 Runden lang durchzuhalten. Das Schöne an der Geschichte ist, wenn man den kooperativen Modus spielt, alle Veränderungen an eurem Deck und an euren Würfeln, wenn ihr ein Szenario gespielt und gewonnen habt, übernehmt ihr in das Folgeszenario. Also wir haben hier ein Kampagnen-Deck-Building-Spiel dann, in dem man sich nach und nach aufbaut. Das Schöne an der Geschichte ist, ich habe ja mit dem Entwickler gesprochen, das ist mir von dem Designer des Spiels ja auch erklärt worden, was sehr hilfreich ist. Dieses Spiel war ursprünglich, als die Entwicklung startete, darauf ausgelegt, es sollte ein kompetitives Spiel werden. Halt ein Nachfolger vom Rhone mit Würfelveränderungen und so weiter. Aber wir haben ja Covid gehabt, die Entwicklung ist ja auch schon ein paar Jahre am Laufen und der Entwickler benötigte eine KI, gegen die er sein eigenes Spiel testen konnte und hat dafür die Invasion entwickelt und dann festgestellt, dass das einfach super funktioniert. Und das ist das, was er jetzt sagen würde, was das Herzstück und die Hauptform, wie man das Spiel spielen sollte, ist. Also kooperativ zuerst. Der kompetitive Modus, da wird dann auch im Regelheft und vom Entwickler empfohlen, dass man mehrere Partien spielen sollte, um den Deck-Building und Dice-Building-Aspekt auch vollständig eben ausreizen zu können, sodass man ein Best-of-Free oder ähnliches spielt. Und dann auch dazwischen kann man das ja dann abspeichern und wieder aufbauen. Zeig doch nochmal die Würfel. Genau. Und die Würfel, wie gesagt... Ah, jetzt... Ah, Moment. Wir testen jetzt direkt aus. Neue Technik. Ich nehme mal nicht die Seite mit dem Grün nach oben. So sieht das Ganze aus. Ah, sehr schön. Also das sind die Würfel. Jetzt könnt ihr nochmal normal sehen. Und dann werde ich euch einfach mal ein paar Karten präsentieren, damit ihr auch das Artwork ein wenig besser sehen könnt. Mal gucken. Ich nehme vielleicht nicht die grünste aller Karten. Hier, komm. So, zack. Wir brauchen dringend... Wir brauchen zwei. Wir brauchen einen mit Blue und einen mit Greenspil. Genau. So. Zum Beispiel hier könnt ihr mal gucken. Es glänzt ein bisschen, aber das geht. So. Das sind die Karten mal als Beispiele dafür. Und da könnt ihr es halt sehen. Das sind die Kosten. Ich wiederhole mich jetzt einfach nochmal ein bisschen, wenn wir schon die Chance haben. So. Oh, ist leicht verzögert. Zack. Hier sieht man die Kosten. In dem Fall bräuchte man zwei Ressourcen. Eine beliebige und eine gelbe. Hier ist der Text, der durchgeführt wird, mit einer Rüstung abgebildet. Ich gehe jetzt in diesem Überblick nicht so speziell darauf ein, dass es die verschiedenen Schadensartungen, was Rüstung durchschlägt, was Rüstung ignoriert und so weiter. Das sind Kleinigkeiten, die ihr jetzt nicht für das Spielgefühl wissen müsst. Hier ist eben die Schraube, die dazu dient, die Spezialeigenschaften durchzuführen. Und hier sind die... Das könnt ihr nicht sehen. Hier sind die Kosten der Karte, wenn ihr sie dann erwerben wollt aus eurem Trainingscenter heraus. So, ich werde jetzt einfach mal noch ein Zug... Ich muss ganz kurz mal hier sortieren. Das sind die Sachen. Ich werde jetzt einfach mal ein oder vielleicht zwei Züge gegen die KI spielen, um zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Und dann wird es, glaube ich, das mit dem Segment schon gewesen sein, weil wir jetzt nicht... Also ich werde jetzt hier keine komplette Solo-Partie vorspielen. Die anderen sollen sich ja auch nicht langweilen. Till wird schon hier müde. Und dann legen wir einfach mal los. Oh, er versteckt... Ja, 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 ja. Das möchte ich sehen. Einschlafen und Hände hochhalten. Das wäre spannend. Gut. Also, einmal ganz kurz hier alles soweit resetten. Soll man ja nicht haben. Zack, 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 zack. Das ist weg. Um es für mich selbst auch ein bisschen spannend zu machen, mische ich nochmal die Karten. Und dann legen wir einfach mal los. Jetzt, zuerst ist die KI dran, als allererstes. Die KI zieht zwei Karten, weil ich ein Spieler bin und sie eine der Programmkarten hat. Ich habe tatsächlich gerade den Namen für dieses Kartendeck vergessen. Die habe ich ja jetzt nicht geändert. Also das ist die Recycling-Karte. Die macht nichts. Das ist eine Karte, die sagt, wenn deployed, dann kommt eine grüne Ressource auf das Feld für grüne Ressourcen hier oben. Und dementsprechend... Na, hier könnt ihr mal sehen. Die Karte sagt eben... Ah, das ist schön mit dem Spiegeln. Ich muss ein bisschen weiter nach außen immer legen. Die Karte sagt eben, dass die grüne Ressource darauf kommt. Und dann wird sie auch auf die andere Karte gelegt. Dann sieht das Ganze, wie gesagt, so aus. Das mit dem Licht ist jetzt nur bei diesen gesleeften Karten ein Problem. Das wird bei späteren Spielen besser sein. So. Genau. Und jetzt könnt ihr hier halt sehen, dass eben die Symbole... Alle sichtbaren Symbole bilden die Stärke der obersten Karte. Sie hat also eine Rüstung zusätzlich. So. Das war auch schon der Zug der ganzen KI. Am Ende ihres Zuges löst sie aktive Fähigkeiten, die benutzbar sind, aus. Das heißt, sie dreht jetzt diese Karte. Und ich kann als Spieler in der folgenden Runde keine gespeicherten Ressourcen ausgeben, um für irgendwelche Aktionen zu bezahlen oder irgendwelche Effekte auszulösen. Was für mich kein Problem ist. Es ist die erste Runde. Ich habe noch keine gespeicherten Ressourcen. Dann beginnt mein Zug. Und ich ziehe die erste Karte. Oh, ich bräuchte schon zwei Ressourcen für die erste Karte. Aber wenn ich sie nicht befüllen kann, kriege ich natürlich auch zwei Ressourcen zum Speichern. Ich könnte mit dieser Karte bereits, wenn ich sie rausbekomme, beide Karten des Gegners besiegen. Das wäre schon mal auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir ziehen mal noch eine weitere Karte. Oh, Ranged Schaden. Also ich habe jetzt den Schadenarzt gezogen, die Rüstung ignoriert. Das ist natürlich noch besser. Komm, wir ziehen mal noch eine dritte Karte. Wir wollen ja auch Sachen speichern. Ah, ich brauche auch zwei Ressourcen. Das Licht geht schon. Also für nicht gespeifte Karten, wie gesagt, wird das dann mit den... ...wird das sicherlich gehen. Die mittlere ist jetzt nicht ganz so gut zu sehen, aber ist egal. Das sind jetzt meine gezogenen Karten. Na, so sieht man von allen die Ressourcen. Jetzt würfle ich. So, gucken, ob ich es übertreibe mit dem Benutzen des Greenscreens, aber gerade habe ich Lust dazu. Wir würfen halt sehr grün. Ja, perfekt, ist doch super. Oh, jetzt ist das Licht ausgelangen. Aber man sieht trotzdem noch was. Ja, ja, das geht auch gerade ohne Licht. Das ist vielleicht sogar besser mit den gesleefteten Karten. So, ich habe doch hier super gewürfelt. Ich habe drei rote Ressourcen und eine blaue. Das heißt, ich kann... Ich mache das mal hier oben, damit ihr das auch auf dem Hauptbild sehen könnt. Dann wollen wir mal gucken. Also dann setzen wir doch auf jeden Fall hier diese Karte ein. Dann haben wir hier... Ah, das bringt mich natürlich da überhaupt nicht weiter. Und dann lösen wir noch diese Karte hier aus. Das heißt, die bleibt übrig. Die haben wir noch auf der Hand sozusagen. Wir haben alle Würfel benutzt. Wir haben jetzt hier den Fernkampfschaden. Wir könnten jetzt natürlich schauen kurz. Man kann jetzt im kooperativen Spiel hier seine Symbole für Spezialeigenschaften verwenden. Und das werden wir in dem Fall auch tun. Wir können jetzt hier die oberste Karte abwerfen. Dadurch kommt dieses Deck schneller durch, was für uns vorteilhaft ist. Dann wäre diese Karte auch erledigt. Und diese andere Karte, die sagte ja, wir richten drei Faustschaden an. Das ist Schaden, der erst Rüstung senkt. Und dann, wenn die Rüstung weg ist, entsprechend auf die Lebenspunkte drauf geht. Und wir können eine Karte recyceln. Wir haben hier diese Karte jetzt zuerst gespielt. Die kommen erst zum Schluss alle weg. Das heißt, leider verfällt das Recyceln für uns. Aber die drei Schaden reichen genau aus, um diese Karte abzu... Ah, nee, nee, wir wollen das gar nicht machen mit dem Abwerfen. Ignoriert das. Ich habe eh nicht gesehen, was da drauf stand. Weil wir werfen erst diese Karte ab. Und mit diesem Schaden, der die Rüstung ignoriert, können wir auch die zweite Karte abwerfen. So. Und haben dann beide Karten geschafft, sodass wir jetzt zum Start der nächsten Runde keinen Schaden erleiden. Alle Würfel sind erledigt. Diese Karten sind verbraucht. Wandern auf den Ablagestapel. Diese Karte konnten wir nicht spielen. Aber sie hat zwei Ressourcensymbole. Das heißt, ich kann jetzt eine grüne Ressource speichern und eine wilde Ressource. Das heißt, da nehme ich eine beliebige Schraube und packe das hier unten rein. Und das Spannende daran ist eben, wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine grüne Ressource irgendwann mal nicht ausgebe, kann ich dann beide auf einmal ausgeben, um für eine Karte das zu generieren als diese grüne Ressource. Und würde zusätzlich noch zwei Rüstungen bekommen. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht, wenn Karten hier hinwandern. Das will man sogar. Und dann allerdings versuchen, diese Karten wiederzubekommen. Wir haben auch drei von diesen sogenannten Spare Parts gewürfelt. Das heißt, wir können jetzt sogar direkt einen der Würfel verändern. Und da ich einen davon ja zu Demo-Zwecken bereits verändert hatte, sagen wir mal einfach, dass ich das gemacht habe. Huch. So viel zum ordentlich festschrauben. Moment. Wie gesagt, grundsätzlich hält das alles. Wirklich gut. Man soll es auch nicht zu festziehen. Das sind alles Plastikschrauben. Und dann passt das. Also ich würde mir keine Sorgen machen, dass diese Würfel irgendwie nach fünfmal Spielen hin sind. Wenn ihr das vernünftig einfach nur vorsichtig rein dreht, reicht das vollkommen aus. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Dann haben wir alles erledigt. Der Würfel ist von mir schon im Voraus bearbeitet worden. Bitte ignorieren, dass das natürlich gecheatet war und ich deswegen wahrscheinlich auch mehr rot gewürfelt habe. Wir sind fertig. Clean-Up Phase ist auch bereits durch. Dann ist wieder der Gegner dran. Und jetzt würde eben wieder genau das Gleiche passieren. Er würde zwei Karten ziehen, die wir abhandeln. Das heißt, wir würden jetzt hier eine blaue Ressource generieren. Wir würden diese aufdecken und eine schwarze Ressource generieren. Und ihr seht, das fängt an sich zu verteilen. Er würde nachher sein Deck höher machen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt in meiner Runde zum Beispiel keine Schrauben generiert gehabt, beziehungsweise es nicht dafür eingesetzt. Aber wir würden jetzt nach und nach an dem Deck arbeiten. Wir würden nach und nach die Würfel verbessern. Der Gegner würde sein Deck auch verbessern. Das hier sind Startkarten. Die späteren Karten machen gemeinere Sachen und können auch bösere Dinge tun. Er wird auch irgendwann hier weitere Technologiekarten bekommen, die dazu aufgedeckt werden, die weitere passive Effekte oder aktive Effekte oder beides haben, die uns das Leben schwer machen. Und er würde dadurch auch immer mehr Karten gleichzeitig ziehen. Und jetzt im ersten Szenario, wie gesagt, müssten wir eben die 16 Runden überstehen. Das Spiel ist mit ein bis zwei Spielern spielbar. Man kann es auch mit bis zu vier Personen spielen, wenn man noch, da bräuchte man eigentlich eine zweite Box. Das ist so gefühlt etwas, was es momentan viel gibt. Aber in der Grundbox steckt schon viel drin. Mein Gefühl ist, dass es sich sehr gut als Solospiel anbietet. Aber auch der Team Aspekt tatsächlich dann interessant ist, weil man eben sich gegenseitig mit den Symbolen unterstützen kann und weil man parallel spielt. Das heißt, die Spielzeit sollte nicht so stark wachsen. Ich wechsle mal wieder auf die Front. Genau. Das war jetzt einmal einfach die Erklärung, wie Roan Invasion funktioniert. Wir haben jetzt einen Beispielzug einmal gespielt. Die allererste Runde, wenn unser Deck noch nicht groß ausgebaut ist, wenn unsere Würfel noch nicht groß modifiziert sind. Ich habe jetzt nicht einmal hier die Spezialeigenschaften benutzt. Ich habe meinen passiven Effekt vergessen, den ich mir am Anfang ausgesucht habe, als ich das Spiel gestartet habe. Womit ich hier noch auf irgendeine Karte zu Beginn meines Zuges eben schon bereits eine Schraube gelegt hätte zum Kaufen. Und ja, ich war in dem Spiel schon interessiert, als ich gelesen hatte, dass es ein Deckbilder ist. Roan Invasion, äh nicht Roan Invasion, das normale Roan haben wir ja vor langer Zeit leider erst einmal gespielt. Da sind wir gar nicht so viel dazu gekommen. Das wirkte aber auch schon interessant. Und das mit dem Dicecraften in Kombination mit einem klassischen Deckbilder, beziehungsweise eben dann mit auch dem Deck runterspielen, hat mich sehr interessiert. Auch die Tatsache, dass es kooperativ und kompetitiv ist, wobei ich tatsächlich gedacht hätte, ich gucke immer zur Seite, weil Ben da sitzt und meine Augen sich automatisch in seine Richtung bewegen. Es ist das freundliche Lächeln, das einen anzieht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die kooperative Variante tatsächlich die ist, die laut Entwickler das ist, was er für das Herzstück hält. Aber nachdem ich es gesehen habe, verstehe ich das sehr gut. Das spielt sich sehr schön runter. Es gibt super viele interessante Entscheidungen zu treffen, in Form von, was möchte ich an den Würfeln upgraden, das passe ich daran an, möchte ich irgendwie gesagt eher eine starke Seite erzeugen, dass ich manchmal so richtig Mega-Züge machen kann. Welche Karten möchte ich dazu kaufen? Wenn man hier diesen Markt auffüllt, sieht man auch immer drei Karten, sucht eine aus und legt sie dahin. Also man hat sehr viel Kontrolle darüber, welche Karten man tatsächlich auch bekommen kann. Und die Karteneffekte an sich sind auch interessant. Die Idee mit den zwei verschiedenen Ablagestapeln, die dann wiederum unterschiedliche Effekte haben, wenn eben das Deck durchgelaufen ist, sodass man hier eine Balance finden muss. Auch das Kartenziehen, wie viel man zieht, als so ein kleines Balance-Element. Das sind alles so Entscheidungen, wo man ein bisschen auch aus dem Bauch heraus arbeiten muss, weil ja dann noch Unwägbarkeiten dazu kommen. Es ist also nicht hart ausrechenbar. Gleichzeitig hatte ich bei der Partie, die ich gespielt habe und auch dem, was ich zu den Regeln weiß, das Gefühl, dass ich sehr viel schon Kontrolle darüber habe. Die negativen Seiten, wenn ich irgendwie unpassend würfele oder mal mehr Karten hier hinlegen muss, erzeugen automatisch andere interessante Optionen für mich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, das Spiel einmal komplett zu spielen. Ich habe es jetzt so schnell präsentiert, ohne dass ich es wirklich einmal komplett schon spielen konnte, weil, wie gesagt, das Ganze ein Kickstarter ist, der noch bis zum 27. Oktober läuft, der auch noch nicht durch ist. Und durch mein Vorinteresse, das sich dann auch bestätigt hat, als ich es mir auf der Messe von dem Designer habe entwickeln lassen und bestätigt hat, wollte ich euch das gerne einfach mal präsentieren, bevor der Kickstarter durch ist, damit ihr da vielleicht noch eine für euch fundiertere Entscheidung treffen könnt, falls so etwas für euch von Interesse ist. So, das wird es mit dem Segment jetzt gewesen sein. Lob und Kritik können auch direkt in den Chat kommen. Ich werde gleich im Chat nochmal nachlesen, was ihr alle geschrieben habt und wer das im Nachhinein schaut, gerne auch dann in die Kommentare, wie euch dieser Überblick gefallen hat, wo ihr vielleicht Verbesserungspotenzial seht. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle für alle, die es als Video sehen, Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.